So, hallo erstmal, ich bin der Daniel, 21 Jahre, komme aus Unterfranken und arbeite bei der AWO. Ich mache zur Zeit eine dreijährige Ausbildung in der Altenpflege. Also Altenpflege, der Beruf, war nie so, dass ich gesagt hätte, ja das will ich schon immer mal werden oder das wollte ich eigentlich, das war nie auf meinen Schirm. Reingekommen ist durch meine Mutter, die hat mal gesagt, mach ein Praktikum da, vier Wochen lang. Hat mir gefallen, die Arbeit im Team hat mir sehr gefallen, auch, dass man eben die älteren Menschen noch ein bisschen begleiten kann, so in ihrer letzten Phase des Lebens. Dadurch bin ich mehr oder weniger zur Altenpflege gekommen, hab nach dem Praktikum gesagt, gefällt mir, du möchtest deine Ausbildung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.